herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnite gameplays durch neue skins vorstelle hier habe ich den fokus gefunden gleich schon in einem der ersten matches ziemlich cool muss ich sagen und wir schauen uns das ganze jetzt gleich mal an so leute wenn ihr keine videos mehr verpassen wollt dann könnt ihr auf abonnieren drücken die glocke aktivieren und einen daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen viel spaß mit dem video so so sieht er aus das gehen jetzt mal einfach hier außen rum von hinten fällt einem das gar nicht wirklich auf könnte man echt der meinung sein das ist ein ganz normaler skin aber eigentlich sieht man ja auch sogar hier die hat ja hier so eine so eine binde herum also man erkennt das ist da vorne tatsächlich nur eine maske kämpft dann quasi blind ja lassen wir das ding mal laufen jetzt hier warum ist es auf einmal so schnell warum man dass sowas auf dem eis war euch das ist auf einmal so ein bisschen zu sehen um okay ja ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Leute, das war es gewesen von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen da oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Gameplays. Gameplays mit mir, den man gleich, haut rein, mach's gut, bis dann, tschüss.